ja da sind wir schon wieder gleich im anschluss aufgenommen 1 im golem versus j 1 zu 0 oh ne 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 hier lad dich auf lad dich auf lad dich ach man gerade einen besiegt und schon kommt der nächste wir könnten uns mal so ein so ein so ein halsband machen wieso was hier und wir müssen unsere sachen besser panzern damit wir mehr chancen haben oder wir brauchen ein neues jetpack immer noch zwei schläge 53 noch der mitsch machen ja der feature nummer zwei würde ich sagen müsste es sein ich würde gerne fliegen aber irgendwie geht das nicht so es reicht jetzt jetzt das kann doch wohl nicht wahr sein der bringt mich um der bringt mich um da hatte ich doch gerade ja da hatte ich so gut wie geschafft ihr drecksviecher ihr drecksviecher mann ich hänge fest verschwinde ja noch 44 schläge noch elf ja komm schon komm schon komm schon lauf 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 oh man ja ich glaube ich die kloppen sich die kloppen sich die kloppen sich die kloppen sich ich glaube ich hätte gar nicht mehr so doll abfeuern müssen also versuchen wir das nochmal was jetzt komm 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 so das war es jetzt mit euch ihr pissbacken ich habe meine power office nicht mitgekriegt ähm naja wie soll ich denn das jetzt machen ey fuck ich meine habe ich meine rüstung noch oh und ein creeper ist richtig ist richtig noch 32 schläge noch 32 und ich bin gleich wieder tot und ich habe nichts zu futtern dabei ah ist richtig ist richtig ah nein der bringt mich um der bringt mich ja komplett nackig what the fuck oh kacke drecksback oh scheiße ist das hier dunkel ha ausgetrickst oh scheiße ich habe das hier gar nicht beleuchtet nein nein oh so eine kacke ja ist richtig ist richtig ist richtig und ein creeper und ein creeper und ja ich habe hier noch oh scheiße ich weiß nicht mehr ob ich richtig gelaufen bin nein ich bin natürlich falsch gelaufen und ja cool dass ich die towerschlüsse überhalte äh wir müssen natürlich dahin kacke sind noch dunkler weil ich sehe gar nichts naja nähert er mich ah shit meine ganzen was ist denn das für ein scheiß bug man man oh ne eh jetzt weiß ich was der was der sangukua meint damit ich sehe nichts ja da kommt das drecksvieh schon wieder ja ohne momento ich ja überlegt mir mal kurz was so damit mir das nicht nochmal passiert leuchtet jetzt erstmal die ganze scheiße hier aus das ist ja wohl katastrophal also ich habe ungefähr drei vier fünf versuche gebraucht und ja das wäre das wäre scheiße ähm da mir das jetpack ja auch nichts mehr bringt müssen wir mal kurz nein wo war es denn j ja das war sowieso aus eh oh nein i ah ähm dieser magnet war das der magnet so nein j j wait off ok so da ist ja alles kaputt ja stimmt oh ich habe keine power mehr hm 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 ja ich bin da mehrfach hochgelaufen wie man sieht und dann nur noch kurz einmal vorbei und sachen einsammeln und wieder runter was auch ziemlich kacke ist dass das portal ein manchmal raus schmeißt so damit dürfte es nicht mehr passieren ja es war eine war eine heiße geschichte warum lade ich mich denn so schlecht auf die ganzen löcher ein bisschen stopfen energy 0 also aber das bringt mir ein bisschen mehr panzer und habe ich wissen einen mehr aber wiederum auch verbraucht viel energie oder was da habe ich mich ruckzuck mit aufgeladen ach mann also lächerlich ich will meinen rucksack wieder haben ich habe meinen rucksack nämlich nicht mehr gefunden beziehungsweise konnte nicht mehr abbauen weil ich einfach nur wie gesagt durch und weg und tschüss es ist schrecklich dunkel da aber ich habe doch noch ein schwert smite 5 wow glück gehabt ja ich habe hier ein bisschen gewütet halt da ist nicht gib ruhe da du penner so licht an da ist er ich habe ihn wieder bringt dich alle selber um das finde ich sehr sehr gut gut hallo so da ist schon wieder ein spawner das ist mir kack egal was das feiner ist ich habe hier noch ich habe hier noch steine was ist denn das egal würde ich sagen so jetzt wollen die leere hand shift und abbauen kurz kontrolle jo da gefällt mir an dieser stelle noch mal fand ich sehr gut warum ein creeper kopf genial ja wow fuck nee du wirfst mit irgendetwas ey dreckige hexen ey das ist das ist auch ein vollwertiger gang das ist der einzige gang der nicht vollwertig ist alter ich bin weg null power null power scheiße 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 ich hasse das was mit dir alter zerstör wieder die die oh man oh die treppe ich hätte noch ein paar treppen stufen gehabt ich sollte mir noch ein schwert zulegen irgendwie dich habe ich ja da musst du ein bisschen schlimmer sein alter wie ungerecht da geht in dem moment mein schwert kaputt mit dem habe ich auch noch 57 schläge jawohl ich höre vögel jawohl alles klar hier ist wieder eine kiste weiter da oben ist auf jeden fall ein spawner und wir sind jetzt schon fast ganz oben und wir haben den dritten charme of life geil das kann man auch nicht herstellen man kann darauf auch eine zweite stufe bauen das finde ich sehr gut gunpowder nehmen wir mit das eisenschwert nehmen wir jetzt auch mit ah nein was ich eigentlich machen wollte ist irgendwie noch so wenn ich so ein bisschen damit das hier nicht wieder passiert ja das ist mir egal jetzt so da können wir rausgucken diese dosen kleinen spinnen so licht hier ist wie eine kiste so zapp und zapp jetzt machen wir hier wieder zapp 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 das nehmen wir mit sticks haben wir gerade nicht dabei deshalb lassen wir oh stopp zapp den nehmen wir mit den nehmen wir auch mit passiert dann wirklich nichts mehr und zapp hier ist wie eine kiste junge junge was für eine kacke aber sehr geil gemacht also ich bin begeistert dafür haben wir keinen platz mehr verdammt äh wir lassen die pfeile weg und hier ist gleich die nächste kiste und wir waren glaube ich gerade dort das teilt sich aber auch auf junge junge da geht man so so ein block weiter und schon ist man wieder ganz woanders aber wir haben jetzt schon den dritten schlüssel ups so hier ist auch nichts das heißt dort ist irgendwas dort ist wie eine kiste guck mich nicht an guck mich nicht an ich guck dich auch nicht an und hier ist die nächste kiste 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 ich meine ich finde das geil aber hm zapp 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 zieht's ernsthaft zapp 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 weil es so schön war ne zapp 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 okay das ist das ist wie die letzte und wir haben den vierten tower schlüssel ich würde sagen wir verstauen unsere sachen so ein bisschen pistons und leuchtkäfer und knochen da haben wir noch ein bisschen was alt damit wie viel gas tränen wir nach hause gehen werden ähm das und 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 das können wir weghauen das können wir weghauen gunpowder nicht schlecht nicht schlecht ein creeperkopf das können wir auch noch verstauen zapp 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 close down naja komm wer weiß was wir hier noch alles finden werden ja wir haben alle vier schlüssel das heißt wir werden und ne er ist nicht aggro das das Ding Song kann er ruhig abspielen aber er ist nicht aggro so so den versiegeln wir auch zapp dann müssen wir wieder ganz runter mein piston meine lampe äh ähm mhm mhm so oh alter hallo stirb 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 von wo von wo kam die bitte dann ist dieser gang auch fertig ähm haben wir noch irgendwas zum bauen so ich würde sagen das tor öffnen wir morgen ich weiß ihr wollt genau wissen was dahinter ist aber ich spanne euch noch ein bisschen auf die Folter von daher wenn es euch gefallen hat dann lasst doch gerne mal eine Bewertung da und wir sehen uns morgen hinter diesem tor bis dahin schönen tag noch schöne gute nacht und bis morgen ciao 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 Vielen Dank.